Und hier sind wir wieder bei Lost Dimension, yay! Letztes Mal haben wir Zenji und Yoko ein bisschen besser kennengelernt. Ich glaube, mit Mana wären wir auch recht nah dran, aber ich gehe mal zu Nagi, denn ich mag Nagi gerne. Also ist Nagi wahrscheinlich kein Traitor. Oh, da bin ich gegengekommen. Upsi. Show, excellent timing. May I have a moment? Natürlich, für dich doch immer. Für dich immer. Mama. Mama Sita. Huh, I see. Do you remember what we previously talked about? Ehm, ja? Ach genau, dass sie letzte Mal ist dabei, was war? Why must you phrase it that way? You're much too direct about it, but this is indeed what it's about. You're right. So that is the topic. Yeah. Yes, and what we talked about. I want you, I want to hear your opinion on the matter. I'd never thought of myself as an odd individual. Okay. Hands up. I've lived as a soldier and have never come across that concern. And? And you're concerned now? No. Concerned would be somewhat misleading. If anything, I would say that I'm scared. Oh. Scared, huh? Let's see some combat, Nagi. No. I'm just troubled after all. Oh, beides passt so gut zu Nagi. I see. Oh, ich hab die falsche Wahl gemacht. Oh, nein. Nagi, komm zurück. Ich will mit dir reden. Natürlich können wir reden. Klar, warum nicht? Also doch, come on, soldier. Get your head up. Hm, I see. About you being odd. Why must you phrase it this way? You much... Ah, ja, da war ich schon. Yeah. So. And? Da bin ich. Da war ich. Scared, huh? Let's see some combat, Nagi. Combat. Very well. I won't allow any recklessness. Oh, okay. Original memory. Your own self. Wo müssen wir dafür hin? Andere Frage. Können wir da schon hin? Dritte Frage. Kann ich vorher was kaufen? Ja, kann ich sehr schön. Und level, denn ich habe anscheinend eine Menge Level bekommen. Nope. Ich möchte die ganze Level. Da. Level. Ich habe drei Punkte. Oh, drei Punkte. Oh, nicht schlecht. Ähm, mal gucken. Ich höre das einmal. Ich höre das einmal. Und dann mache ich Achilles Heels. Was, was eine gute Idee sein könnte. Gut, du kriegst Frost Mastery. Warum nicht? Ich glaube, Frost wäre ganz cool für dich mal. Du. Hm. Na, mal gucken. Äh, Thunderstorm. Klingt ganz witzig. Thunderstorm klingt ganz witzig. Eigentlich. Oh, ähm, recovery vielleicht? Ich weiß noch. Desperate stance. Ne, das mache ich nicht gerne. Earthcrash kann ich auch nicht machen. Torpedo fest. Torpedo fest. Nagi, du machst mal. Was ist Acceleration? Uh, move and speed. Stimmt, dass wir euch haben. Ich wollte ganz drehen, äh, move and speed haben. Senji hat zwei Punkte. Du machst mal. Mehr was kann ich machen, weil ich glaube ich. Brain Hacker, das habe ich nicht. Syncroshot kann ja machen. Mhm. Und ich mache nochmal. Äh, flex der ist. Ne, ich gehe nochmal auf Syncroshot. Ich erhöhe, Syncroshot nochmal. Äh, mindboost. Ja. Ja, das finde ich gut. Und du hast zwei Punkte. Du kannst nochmal. Cruelstep. Und nochmal Cruelstep. Wenn dir. Die Fähigkeit ist sehr stark bei ihm. Also Cruelstep ist schon eine recht starke Fähigkeit, die ich auch gerne behalten möchte längere Zeit. Daher würde ich die gerne hoch machen. So, wo finde ich jetzt. Ah, da. Your Own Self ist also hier im. Second Floor. Okay. Oh mein Gott. Oh, nur sechs Gegner. Das habe ich nicht erwartet. Wir nehmen mal mit. Magito? Warte. Wir gehen taktisch voran. Himeno. Äh. Toya. Mana. Und. Agito. Du wirst schon, man wird schon sehen warum. Keine Sorge, alles was ich mache hat enge Taktik oder irgendein Interesse an sich. Zumindest meistens hoffe ich mal. Vielleicht, äh, mal gucken. I'm a soldier through and through, so, when I first arrived here, I didn't care what happened to me, as long as it's for the world. No, I wasn't even concerned about that. You're right. I see. I've been sensing that I viewed that resolution of yours. It's both promising. Mikrofon da tun? And concerning this whole time. Still, we fought here to protect the world, and then we heard that there's a traitor. Without even knowing who was the traitor, you were concerned for me. This must be happiness, amid all the battles where I don't know what to believe. I was able to confirm my existence, thanks to you approaching me. At the same time, I started to think that I didn't want to sacrifice myself. What's the point in saving the world, if you can't see it for yourself? Let's head home together, Nagi. Achso, das bin ich. Let's head home together, Nagi. Oh, guck mal, wir stehen sogar gegenüber. Wie romantisch. Wie romantisch. Dann fangen wir mal damit an, muss ich sagen. Kann ich das nicht treffen? Nein. Okay, fang ich mal damit an. Treff beide. Ah, perfekt. Hi. Ah, perfekt. Guten Tag. Don't mind me. Just, you know, just destroying yourself. Oh, hi, Himino. Lass mir dir helfen. Lass mir dir noch helfen. Nope. Oh, warte. Doch, Thunder. Doch, Feuer und Thunder klingt ganz cool. Oh, wow. Oh, my God. Himino. Wo ist denn der Metsch hitten? Ach, Himino. Der Damage ist schon echt enttäuschend. Ist das Mikro vielleicht falsch rum? Vielleicht ein bisschen? Weiß nicht genau. Ich guck's mir später mal an. Das kommt mir leiser vor. Sonst deswegen dachte ich, vielleicht ist es falsch rum. Kann mich aber auch total irrt haben, gerade. Oh, perfekt. Hi. Auch zum Beispiel. Hi. Hi, Freunde. Ich bin auch hier. Ihr geht euch so. How you doing? How you doing? Oh, ich kann... Oh. Das ist eine gute Idee. Das war eine gute... Ja, das war eine gute Aufforderung. Sehr schön. Das war taktisch sehr schlau. Das war taktisch sehr schlau. Das tut weh. Ja, okay. Damit kann ich leben. Aber das Ding. Ja, das ist schon schmerzhaft. Ach ja, da war ja was. Da war ein großer fliegender Panzer. Großer fahrender Panzer. Den hab ich vielleicht vergessen. Das war gleich mega... Erstmal gleich mega debuffen. Halt auch auf Nagi zu gehen. Nagi hat sich verdient, von euch angriffen zu werden. Das ist ja voll gemein. Sei voll fies. Oh, hi. Hello, my friend. Schön, dich zu sehen. Thank you for being a friend. So, erstmal wirst du besiegt. Ich glaube, hier wäre ich besser so als bei der von... Bei der vorher... Bei der davor. Yeah, nochmal move on speed. Weil ich davon schon so wenig habe. Oh, reizfächsend. Nein, natürlich nicht. Warum auch? Warum auch treffen, ne? Ich möchte gern helfen, aber wir und ich. Mana braucht mich. Braucht Mana mich überhaupt? Ach, Nagi, ich mag dich gerne. Ich mag dich von Anfang an gerne. So, du musst das recovery, denn du, Mädchen, musst Leben wieder kriegen. Oh, ich hab' ich auch dran. Obwohl, ich kann hier hingehen. Naja, nicht ganz. Neh, aber ich ganz. Jetzt will ich ankommen. Mal gucken, wie schade ich jetzt mache. Ja, 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 warum nicht. 500 nehme ich wohingegen. Ich werde zwar getroffen, oh, und zwar bin ich wie ich damit. Das Ding kommt immer langsam auf Cho-Tzu, dass ich nicht so feiere. Und ist angekommen. Nein. Es war, es hat gefehlt. Das ist echt enttäuschend. Hi. Hm. Ja. Doom, er kritische Chance. Ah, habe ich nicht gegen. Oh mein Gott, kannst du weit fliegen jetzt. Du kannst aber... Warte, du kannst doch gar nichts machen. Wir lassen jetzt mal euch was machen und zwar dahin laufen. Sonst sollte er ja leider im Krieg, oder? Warte, schaffst du es alleine? Ja, vom Dämmisch her schafft das alleine. Alles gut. Das schafft er wohl. Glaube an ihn. Nicht du. Du. Oh Gott, das wird ein langer, langer Weg sein. Hm. Komm mir nicht ran, oder? Nee. Ich könnte das machen. Oh wow, das war null Damage. Das war 600 Damage. Das war viel mehr Damage. Wow. Girl. Oh mein Gott, girl, du bist fast down. Du bist fast down. Wir können nicht Nagi verlieren. Ähm. Ähm. Ach, wie schön. Äh, mach mal Hellfire Miracle, warum nicht? Ja, mach mal Hellfire Miracle, warum nicht? Ich meine, wir haben eh das Besseres tun gerade. Du kannst mal Magnet & Walker Mora machen. Und du bist ganz, oh, du bist ja ganz hinten, stimmt, du bist ja ganz hinten geblieben. Ach, du, immer kommst du schon hinterher. So irgendwas machen, nö, du hast keinen einzigen Buff, du hast nur Support Sachen, das ist, äh, weniger cool. Ich kann gar nicht mehr machen, als... Nichts. Ich kann nur warten, hoffen, dass ich überlebe. Und du, Nagi, könntest... Das machen, hoffen, dass du nicht gleich AO gemacht wirst. Ich glaub, Nagi darf nicht KO, das heißt, wenn er singt, Nagi schießt, bin ich. Na, oh, die Chance da, die Chance da, Nagi. Oh mein Gott, Nagi, du bist bester. Oh, ich liebe dich. Oh, du bist so toll. Oh, bitte heirate mich. Nagi, flieg. Nagi, flieg auf einen sicheren Platz. Nagi, sei ein Vogel. Sein Vogel kriege in dein Nest. Nope. Nichts, was ich machen kann, nope. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich auch nichts machen kann, wahrscheinlich, jetzt. Oh, doch, Keulstadt kriegt der, wow. Der Reichweite, nicht schlecht. Nope, komme ich noch immer nicht ran, muss ich jetzt warten. Oh, hi, Agito. Stimmt, ich hab' ich fast vergessen, Agito. Hi. Hey, stimmt, da war was. Du, ja, schießt mal drauf. Banierer-Schaden ist guter Schaden, um echt zu sein. Und er kann mich wahrscheinlich nicht in einer Runde töten, deswegen kann ich's riskieren. Ich sollte es riskieren können. Ich dürfte keinen Achturzschaden machen. Nö, er macht sogar keinen Schaden. Und jetzt hat er kein Problem, denn jetzt bin ich hinter ihm. Ich bin damit ein Armor Crush. Mal, da krieg ich ins Gesicht geschossen. Das hab' ich auch bereits bedacht. Du. Warte, ich kann Empfehlung angreifen, auch nicht. Ja. Perfekt. Dass du eine Menge Schaden machst, eigentlich. This is gonna hurt. 900, yo. Ey, Agito. Agito, ist du bereit? Du hast dich jetzt in geopfert, erneut. Ist irgendwie deine Standaufgabe, oder? Tut mir echt leid, Agito, sorry. Ich wollte durchkommen, ohne dass die Mako geht. Ich hab' dich enttäuscht als Führer. Nein, 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 okay, okay, ich nehm's ruhig, nehm's ruhig, nein, 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 das war nämlich nicht. Mission complete. I must thank you for helping me survive again. This might have been the first time I was scared of battle since I joined the army. I don't think I would have ever heard, hear those, I think I would have ever heard those words from you when we first met. But, yeah, I think so too. So much, I may start laughing. Ha 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 ha. Fear is nothing, but a bothersome existence. That's how I've been educated until now, and I've never questioned it. But now, I consider this emotion of fear as something very precious. It seems like I'm trying to change. What a funny story. This is all your fault. My fault? Yeah. God, yes, this is your fault. All of it. No, perhaps I should say thanks to you? I've always aimed to be strong, because being right proved my worth. However, I thought... However, though I thought I was training myself in that manner, I might have been weakening myself instead. I've only sought with cognition from others that I'm right and strong. Working towards a goal without thinking of others was comfortable in a way. However... However, that isn't strange. It simply means I was averting my eyes for my own weakness. It's only after something precious to me that I'm able to realize this. It's thanks to you, Sho. Nagi? Yeah. I won't run away anymore. I'll look at my weakness, admit it, and move forward. I'll admit that I have something precious rather than have something I must do. I don't know if this is the right way to go, to be honest. I'm scared. However... But perhaps being able to feel scared is important, too. Thank you. Thanks. You're too kind, Sho. Aww. Research report 1 and 2. Yeah, yeah. We're getting a Nagi-Szene. Das heißt, ich stelle schon mal den Sound via lauter. Wenn wir den Nagi-Szengel gleiche Stimme hören können. Na, kann ich mir leben. Wuhu. 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 Denn das will ich nicht verpassen. Du bist hier. Lass uns sprechen. Lass uns nicht sprechen. Verstanden. Ja. Vorfreude. Oh, jetzt gehen wir weiter. Entschuldigung. Oh, jetzt gehen wir weiter. At the very least take responsibility for making the experience the fear of separation of losing you Mein gott Der hat drei verschiedene leute Your strength you bomb it nagy she 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 okay So da kann ich wieder leute erstellen Warte ich glaube es ist schnell wie ich so mache Bin gleich fertig So Und wir jetzt zurück das Spiel Die sagt oh mein gott noch mehr Na gut ich meine Du bleibst noch bei mir das weiß ich Du bleibst noch bei mir Heiho so wanna go Get it Let's do it Oh god Now you're talking Oh ich liebe ihn ich mag seine Stimme gerne ich mag seine ganze Art einfach super Did you ever know that martial artists can only communicate through their fists No Isn't it from a manga of course it is Is it Let's not get bogged down in details You can learn from that though See the best way for man to get along is to bump fist So about it you and I go on a mission Aren't those unrelated That that doesn't mean we have to bump each other's fists does it Seriously Geez forget it then Let's go just let's just go break a sweat together then you know Your game Okay Ja klar warum nicht I knew you'd be down Go with the flow Okay Jetzt kriege ich also meine Meine nächste Aufgabe los Mit Agito Hallo Agito Wir gehen auf Mission zusammen Erstmal mache ich Kauf ich neue Sachen die mir Schaden machen könnten Oh mein gott ja und wie Okay dich kaufe ich dich kaufe gerade nicht Ich kann nicht kaufen Ich kann nicht einmal kaufen Aber dich kann nicht kaufen ohne Probleme Und dich kann nicht auch zweimal kaufen sogar Ach komm warum nicht Ich bin mal so groß zu gekauft es auch mal für dich noch Jetzt kann ich mir aber jetzt nicht mehr leisten Oder ihr es oder Nope Sorry Freunde Ich kann mir leider eure Sachen nicht leisten Ihr seid mir zu teuer Tut mir leid Naja passiert Es gibt schon was im Leben So wo ist die coole Waffe Da Nee Die ist für dich Die ist für dich Die ist für dich Die ist für dich Und die ist für dich So Alles klar Obwohl Ich verlegte gerade Welches wahrscheinlich die Mädels mitnehmen werde Gib ich doch dir Den Ace Cutter Denn dich werde ich glaube ich nicht mitnehmen wollen Nö Dich nehme ich mit Ich werde dich noch mitnehmen Warte Ähm Dann hast Du hast den Ach Entschuldigung Ich habe mich gerade tapetan Den Ace Cutter Nämlich er hier Ja gut Heartstrike Hm Okay Nee nee passt so Alles gut Ich bald so wie es ist Dann gehen wir mal ab Äh ab hierhin In die Go with the flow Ich nehme mit dich 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 Und Senji Because Senji is my bae Senji is my bae Senji is my bae Juhu Well then Time to kick it Ha Das war ein kurzes Gespräch Ich dachte wir hätten Ich habe mir mehr gehabt Okay Dann nicht Oh Gott Das sind viele Gegner Oh ich sehe Gegner Okay Dann mache ich dich kurz fertig Yo Der Damage Oh geil Wir sind zusammen Wie wahre beste Freunde Du bist da mit Mana Macht auch so In beiden Traitor Ganz zusammen Das macht auch so Für mich Und die Maus Um noch ein Bild Glaube ich So Und mana Kommst du hin Kommst du hin Oh okay Du kannst das machen Ich meine Es wird vielleicht Nicht wirklich reichen Aber Never mind Natürlich reicht es Was sonst Natürlich reicht das So These things are fighting They don't have mind Of their own Right But the end Does Right Hear me out Yeah he's a Jerk rat And he's done Some things That hard To forgive And here he is Atop this magical Ishtower He might not Be a normal Human sure But he's different From these Mindless enemies It's in his eyes There's hatred For you in those eyes There's sadness too I can see it There's humanity In those eyes When we look at him He looks back With the same sort Of eyes As our own Maybe But don't forget That the world Is in danger The fate of our Entire species Lies in our hands Please tell me That when it Comes to it You won't Be able to Fight the end No Komm schon Los Senji Helf mir Warte So Los Senji Helf mir Na gut Ich war nicht Ganz so stark Ich dachte Dabei kann ich leben Perfekt Wir haben Jeder Ein Gegner Ausgeschaltet Oh Sehr gut Damit kann ich Indie leben Jetzt kommt die Frage Wo sind die anderen Gegner alle Okay Keiner Gegner Bewegt sich Was ich spannend finde Die Frage ist Wo sind sie alle Also Die sind alle Da bei den Treppen Da steigen Ich meine ich könnte mal Crew step machen Oder trend Oder Step Ja Ich mache den wieder Ich finde die Einbeziehung so cool Und sieh mal Damage Nichts vernachlässigen Kommst du auch unter Show Kommt schon auch mit runter Das ist eine gute Frage Komm ich ran Ich komme sie aber ran Yeah Ah hier ist die Treppe Oh das ist gut Kann ich Firestorm machen Ja ich kann Firestorm machen Kommst du auch unter Mana Mana kommt indeed auch runter Und macht erstmal nichts Oder Ich kann nichts machen Alles gut Mana du hast dein best getan Ich Muss sie kurz einsetzen Müssen wir unten Wo ist unsere Treppe Hier Wo ist unsere Treppe Ach da vorne Oh Gott Wo ist hier vorne Wieso ist hier so weit weg Hier liegt mir kurz mit Joko Link dich mal kurz bitte Hier ist man sie kommt Hier herumgefahren Das ist okay für mich Das heißt ich habe noch ein bisschen Zeit Das bewegt sie auch in irgendeine Richtung Die kommen dann alle zu uns Was ich nicht ganz so cool finde Von weil ich vom Himino Nicht den größten Schaden machen kann Und ich bin confused Oh ich habe noch nie gehabt Sehr schön About confusion One of the stairs ailments An afflicted unit Will become uncontrollable Und will attack friends Of course indiscriminately After three turns Okay Oh nein Ist jetzt zuerst dran Ja ist zuerst dran Wow Bro Bro calm down Gott Wow Wie unhöflich Wie komplett gemein Wir hätten einfach abgeschossen Hallo Okay Dankeschön Bist du denn was Oh ja da ist was Oh und wieder was ist Ist wie runter Oh ja Wie Oh Bro Du bist gleich tot schon Oder auch nicht Natürlich nicht Warum auch Warum dachte ich aus Yoko Irgendwas hinkriegen würde In meinem Leben Warum sollte Yoko Irgendwas schaffen Oder Agito Agito To the tough questions How can you ever know If the end is truly Your enemy Or your friend Hmm Wow Wow You're tensing up Not used to confronting Stuff like this Huh Well I believe in you And your ability To lock To look at both Sides Hmm Alright I'm not good With the complicate Stuff You and I may not Always say Eye to eye But you accept Everything I say Nevertheless Let's mop the floor With these enemies And put an end Oh wow Oh wow Ich mein wenn Sho Nicht vorher abschlachtet Was Sho so gern mal machen würde Von Gefühl her Denn Sho ist gerade ziemlich nah an dir dran Und senji ganz schön probleme gerade Oh senji Junge 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 Nein 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 Nicht Agito Oh Agito Oh Agito Bitte verfehlen Bitte verfehlen Bitte verfehlen Bitte verfehlen Ich glaube das darf nicht passieren Nope Agito darf nicht down gehen Ah Ich dachte es lief so gut Anscheinend nicht Ah das war mir gar ein bisschen wütend Ja das kennen wir da schon Mann Nicht das läuft so gut Und dann sowas Ja schon du bist angegriffen Das ist nicht so schlimm So jetzt kommt Agito Man auch ein back attack Das ist die erste Erste Ding Das erste Ding war echt einfach eigentlich für mich Äh Was macht mir Schaden Das Oh ja und wie das mehr Schaden macht Junge 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 Du konntest Oh warte Kann mir irgendwie hinstellen Dass ich dich nicht treffe Ich meine Das ist ja ganz cool Nein kann ich nicht Aber ich kann Meins Ei machen Das ist auch okay Das hatten wir schon das gespräch Das war dein Die end ist geil so scheiße überdenken Und er hat mir Watt der fack Watt der fack Du kannst doch was sagen Juhai 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 So jetzt kommt sie mit ihrem Angriff So jetzt haben wir das geschafft Jetzt wird das mal gewartet Wie eine runde Oh hi Da hat das nicht Mino Hi Mino Hi mana Hi meine fellow traitors Da haben wir sie Alle drei traitors Suspekt In einem bild Oh Rosig Ich will keinen von den drei verlieren Denn ich habe alle drei gebunden Außer mit mana Obwohl doch nicht Also story mäßig könnte ich mana verlieren Mit ihr war die story bin nun nicht ganz so hoch Okay warte lassen wir es nochmal umformulieren Ich kann dann an sich will ich gar keinen verlieren Das ist offensichtlich will gar keinen verlieren Ich könnte aber Oh Falsche seite oder Anni hier Okay Nee nee alles gut Ernsthaft ich komme da nicht hin Oh man Warum komme ich da nicht hin Na komm mana Sei doobig Ist irgendwie für mich da Okay Yoko kann nicht viel machen Wir können euch nur warten hier Senji nutzt die Zeit Um sich mit ihr zu linken Was an sich die beste Idee ist gerade Und die gegenseite Vielleicht wenn wir sie einfach alle übernehmen Stimmt der bewegt sich Das habe ich leicht vergessen Dass er sich bewegen wird Upsi Ohne direkt vor mir Hauptmittag ist mir direkt aufs Maul Ja erstmal direkt aufs Gesicht geben Achso ich dachte warum geht das Ding aufs Ding drauf Hä? Das macht ja gar keinen Sinn Oh ich komme ran Und Ernsthaft Du verfehlt das Ding Ist das denn ernst Du verfehlt das Ding auch noch Mach ich das mal kurz Husthust Okay der Damage war nicht so cool Ich dachte Lass mich erstmal Lass mich erstmal vor Auf die Fresse geben Denn ich heile mich zum Glück Du kannst burnen Das sollte genug Schaden eigentlich sein glaube ich Du musst mir jetzt ein Mann jetzt hilft Ja Das Gespräch hatten wir auch schon Und hier bin ich nach K.O. gegangen Weil Agitiko gegangen ist Was erneut passieren könnte Wenn Oh Perfekt Du hast es schön runter gemacht Jetzt kommt Sandy auch runter Und Da hat man volle Polaren Aber ich habe das Gefühl Dass gleich wieder Entweder Das Nagis Nicht Nagis Aber erst nochmal Ich habe vergessen Er hieß Auf jeden Fall Teleport Boy Erstmal gleich down gehen wird Ich weiß nicht wie ich das Gefühl habe Okay Er wird schon mal nicht getroffen Obwohl die Chance ist dass keiner von meinen getroffen wird Es sei denn jetzt wird einer von denen Ge- Confused Okay 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 Keine confused Alles gut Es gab keine confusion Alles gut Aber ich kann Robert Strike machen Der Tag ist so dämlich Der Tag ist so blöd Und so kann es jetzt auf ihn machen Wow bro Gibt es nichts tun von beide Nope Einfach nur rumstehen Warten Warte Warte Wo ist es doch geht Ja Der ist da Ich denke den kann Joko vielleicht so ausschalten Nein Joko kann das nicht Oh Ja Das ist eine gute Attacke Na gut Joko ist ein bisschen alleine auf sich gestellt Das kriegt sie aber hin Ich glaube an sie Ich glaube an Joko Gut Agitou kriegt es was ab Oder auch nicht Agitou kriegt eben nie was ab Gerade Das gesicht Das war klar für mich Aber Sondern ich kann sie jetzt auch helfen und wir uns geschafft Jetzt macht er Macht sie den letzten schuss Und jetzt geschafft Juhu Nächste karaktermission erfüllt Juhu Yay Phew Good work out there Likewise It's great being able to fight and know someone has your back That's the sort of thing you only get with your allies Agreed I'm just going to be blunt here Best friends is a difficult concept for me still I mean you're pretty dumb right friend But jumping You to the number of uno starters That's big I see But hey You're definitely slightly in the lead After all You hung out with me today If there comes a time When I have to make a choice Between helping either you or the end You don't have to finish the sentence The fact you can make such a decision is one of your merits That's not something I hear much Being able to sense a friendship with the enemy That may be a strange I think it's fine you stay as you are Thanks You're probably the only person who say that Maybe in different circumstances We really could have been best buds You're right Agreed Oh I kind of ship it now Oh they're so darn cute As the best friends Es gibt keine Möglichkeit wie diese Freude jetzt zerstört werden könnte Keine außer den Traitor Eins Zwei Drei Ja Okay Es ist entweder Himino, Mana oder Yuka Ich glaube ihn haben war Yuka Das ist schlecht Dann machen wir jetzt erstmal gleich einen Traitor Dive Oh nein, Toya ist sicher Toya ist supersicher Oh nein, Toya ist supersicher Hey Hey, Shou Hey I think I've figured out who the traitor is Toya's been acting to speak Oh, lasst doch mal Toya in Ruhe, Leute Ernsthaft Oh ja, kannst du, glaub mir Ich weiß genau, Toya ist nicht Oh, Toya ist abgesunken Yoko ist ganz oben Ich weiß nicht Was ich dazu sagen soll It'll be alright I can still resolve this Oh, ich hab Angst Das ist Yoko wirklich ist Ich hab mit dem Ich bin jetzt mit dem Buddy Buddy Und wir können jetzt Agitus 10 anhören Yeah Sound effect Wieder hoch Auf die 5, irgendwas 5,8 Das, glaub ich Ja, so ist okay Und plötzlich lautstecke Hey Buddy Wollt ihr mich sehen? Das ist richtig Yes, yes, yes I haven't fully wrapped my head around it all But I swear If I'm ever forced to choose between you and someone else The end or anyone I'll go with you No matter what the situation is I won't betray you Even if the other person is also a friend Akito But in exchange I expect the same in return You better not betray me either It'll break my heart If this is a one-way street Yeah, of course I won't betray you So long as you place your trust in me too We'll stick together to the end We will survive this That's a good plan And I'll be counting on you until it's all over, my friend Oh, nein Ich glaube, ich habe Yuka auch versprochen, dass ich hier bester Freund bin oder sowas in Art, also dass ich mit ihr dabei bleibe Oh, das wird problematisch Ich weiß nicht, was ich machen werde, wenn sie wirklich der Traitor ist Einerseits will ich das überleben, wir sind jetzt Freunde so richtig, aber Dieser Traitor Ich müsste gucken, was ich tue Das ist schon eine sehr, 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 sehr schwere Entscheidung Eine Entscheidung, die ich treffen werden muss, denn ich werde jetzt mal Yuka überprüfen Ja Wünscht mir Glück, Leute Hallo, ich will ja Ich habe ja gesagt Wünscht mir Glück, dass sie es nicht ist Denn Manu und Himino haben beide keine Schiefen von mir bekommen, das heißt, die beiden sind noch sicher Ich sehe Joko Da ist er Hi, Joko Ich habe Angst Bitte, Joko, sei ein Freund Bitte, bitte sei ein Freund, Joko Nein, Joko, bitte, bitte sei nett, bitte, bitte sei nett, bitte Ich will nicht, dass du es willst Das tut mir gerade so weh Wenn sie es ist, dann muss ich gleich mein Versprechen brechen, das will ich nicht Hö, da Okay, das ist eine schöne Aussage, die gefällt mir Ja, die klingt sehr untraeterhaft für dich Die klingt sehr untraeterig, das finde ich gut Da Oh, ich hatte recht Ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst Nein, warum Oh, was mache ich jetzt Was mache ich jetzt Ich habe echt kein Problem, was ich jetzt mache Oh, ich möchte nicht betrügen, wir sind Freunde geworden Ja Damit bist du auch raus Damit sei allein und sicher Ja Damit ist Joko Das ist Aspekt Das macht mich so sauer jetzt gerade Das war richtig Ich habe mit Joko so gute Freundschaft geschlossen Das war meine erste Joko My Girl Okay, da muss ich jetzt mal klarkommen Hi Mana Du bist ja ganz okay Oh, habe ich jetzt auch für sie das freigeschaltet? Ich glaube schon, denn sie hat den ganzen Satz gesagt Noch mehr Szenen Kriegen wir aber noch mehr Kriegen wir aber jetzt noch mehr Oh ja, kriegen wir Yay Noch mehr Szenen You know, I've been thinking a lot since we last chatted, Show About how I can get myself to believe I'm important or cute It took a while But I reached a conclusion I'm thinking of saving the world With my own hands, for sure I can't start thinking that I'm cute straight away Nor can I start my ways so abruptly It's probably something that'll take my whole life There's no point if I think on it constantly Therefore, in order to continue living I need the world to stay alive So that's why you'll save the world, huh? There's nothing wrong with that I think it's a great reason I was hoping you'd say that But you know It's probably difficult to achieve by myself So, Show Please help me Help me save the world Will you promise me that? But of course We're allies after all I meant it in a relationship other than simple comrades But that's just how you are I'll tell you proper like if you stick with me to the end And for that show I'll be depending on you to see this through Of course We'll be quiet Oh, oopsie Entschuldigung Und noch ein You strengthen your bond with mana kawaii Oh, it's so dumm Dass die mit nach einer kawaii heißt Also mit dem zweiten i wäre es kawaii Und das ist halt süß Oder niedlich So bescheuert Oh, ich bin grad so down Also was Wenn es dazu kommt Was glaubt ihr? Soll ich sie betrügen? Also soll ich für sie stimmen Oder soll ich sie verschonen? Aber da müsste ich mal einen Unschuldigen opfern Und ich wüsste nicht wen Ich mein, ich könnte Ich könnte Toya shop Opfern Ich meine Wer ist ja anscheinend umblicken der Gruppe? Glaub ich warte mal gucken Er ist Ja geht Er wäre zumindest glaube ich Oh, es gab mir dabei Okay, dann wird es doch schwerer Also ich will mal gucken Ich gucke was ihr jetzt gesagt Soll ich sie opfern oder soll ich sie nicht opfern? Soll ich sie betrügen? Soll ich sie beschützen? Ich gucke mal was ihr jetzt gesagt Dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal Wenn ich denke mal Wir werden wahrscheinlich mit den nächsten beiden Auch noch eine Quest kriegen Mit den beiden hier Das heißt Es werden wahrscheinlich doch noch ein paar Sachen folgen Daher hoffe ich mal Ihr bleibt dabei Und danke fürs Zuschauen Tschüss Tschüss Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020